Nee, der spielt vielleicht seit zwei Wochen auf EU. Ja, und ich hab heute mit ihm ein Video aufgenommen. So, okay, ach, du willst von heute. Also er ist nicht schlecht, aber er ist nicht so gut wie du und ich. Noch nicht wie Geister. Ach, whatever. Ich sag nur. Übrigens ist die ganze Truppe mittlerweile zu uns runtergekommen. Die schauen jetzt alle uns zu. Fucking extreme Zombies. Oh, das ist einfach von Items auch übelst abhängig. Wenn die richtig einmal Queepen. Oh, das ist echt generell schlechter. Dieses kleine bisschen. Alter. Was? Ich meine die Map-Mann. Ach, es braucht wieder so lange. Schon wieder ein Liefer wahrscheinlich. Nee, glaube ich nicht. Nee, ich werde mit dir. Einer von denen ist geliebt. Nee, hätte ich nicht gelaufen. Das überrascht mich jetzt. Äh, willst du nicht Jaina nehmen? Und lass mich Shadowhunter vielleicht? Ja, dafür müssen wir erst mal die zum Swappen kriegen. Oh, da könnten wir TC geben. Geister, machst du Aura? Ich hab TC. Geister, machst du Aura? Dann kann ich vielleicht Shadowhunter nehmen. Ja, frag mal den OG. Weil das Problem ist, wenn Easy TC nimmt, kann ich eh nicht mit DK fahren. Lieber nehme ich dann, äh... Lieber nehme ich dann Shadowhunter. Ah, ja, das ist, was du hier sehen möchtest. Warte, wen hast du Shadowhunter gegeben? Ähm, Grauen. Ich konnte den TC nicht denen überlassen. Das ist unser bester Stun, den wir haben. Das ist einfach zu gut, um den einfach jemandem anderen zu überlassen. Ja, 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 kannst du haben, kannst du haben. Ja, geh runter, Geister. Ja, geh runter, Geister. Ey, will er mich... Ich mach Repick, oder? Wollt ihr... Oh, mein Gott. Das ist cool. Deathlight. Ja, das ist halt... Ich hab keinen Bock auf den, weißt du das? Ich hab keinen Bock auf den, Mädel. Oh, Grandfather. Ich mach Aura. Lass ihn doch Aura, Geister. Haben die... Geh runter. Ja. Hm, was? Ja, ja, ja. Ja, ich geh runter. Ich mag Grandfather, aber ich... Oh, die haben... Die haben ja Potte, Mann. Geister, ich brauch diesen Heal-Pott. Nein, komm schon. Nein, ich hab ihn. Oh, shit, run. Oh, ja, ja. Ah, jetzt habt ihr ihn gekillt. Good job. Was hast du wegen mir den Kill bekommen. Sei froh, ey. Ey, was warst du? Was ist ein Heal-Pott, ne? Ich hab Duell. Danach kriegst du ihn. Oh, dieser Nervt, die Potte nervt, Mann. Die töten meine ganzen Zombies. Na ja, das ist... Ah, ist halt, ist halt. Guck mal, da ist ein Akku. Siehst du den? Ja, aber den kann ich nicht rein. Musst du da... Ach, der hat mal ihn gekillt. Mann, dieser OG ist... Er wird das nie lernen, das Game. Oder sie. Ach, der hat seine Heal gemacht, ist ja. Ja, der hat seine Heal gemacht, ist ja. Da ist noch ein Barrel unter dir. Ich höre dir die Snakes, dann hast du den Kill sicher. Meistens so spielen wir erst gar nicht. Hab's dir gesagt. Kein Problem. Das ist kein Problem. Guck mal hierher. Ach, du machst da unten dein eigenes Ding. Ja, was? Ja, nimm du den ein, wenn du bist. Ja, geh mal hierher. Ja, das ist ja noch jemand da. Ist noch da, ja. Ja, schnell, schnell. Jetzt ist dein Scheiß, dein Dingspunksturm. Ja, ich hab ruhig. Nein, ich kann nicht mehr ansetzen. Und dann los. Ja, ich hab mein Heal ge-removen mit dir. Wollte ja. Ich bin mir vor, dass du übrigens in der Baste in der Baste. Ja, hast du den Org gefunden, der ist an dem Spot. Du hast den Linien verloren. Ach, der hat es gekauft. ... ... ... ... ... Buh! 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 Our allied town is being attacked! Yes, Chieftain. Buh! I stand ready. Done. Buh! Buh! For my answer. For my answer. An excellent plan. We have to kill the Potem. Oh, my dagger failed. No, my dagger. Oh, shit. It happens. It happens. It happens. It happens. Game assist. I thought he had recovered. Interesting. It happens. Oh, it's not purple. Done. For my ancestors. For my ancestors. Yes. An excellent plan. Yes. Our allied town is being attacked. Son of a fool. All I am. Oh, ich habe Und gerade hast du potzt? Ja, aber ich bin gerade am sterben Okay, pot und base Was ist nacht? Potz? Base Ah, okay, ja Oh, komm bitte ein Level noch Oh Das ist wieder interessant Das Birdside wird schwierig Scheiße, mein Ja Was dann? Dieser Scheiß Drachen, Alter Das sind halt Hardcounter, die ganze Zombies Ja, ich hätte GEM kaufen müssen Scheiße, Mann Ich glaube, selbst mit GEM hast du es nacht gewonnen Doch, doch Ja, das ganze werden kannst du Doch, mit GEM hätte ich vielleicht Doch Scheiße Nacht, Alter Welches Level ist der? Du meinst Such dir aus, ich komme Bist du 30? Dann go, go, go Ich komme mit Kühl mal schnell Gepharm Wir müssen die Potem holen. Starfighter. Starfighter. Lass Potem holen und dann gib mir den. Wir können Potem holen. Ja, töte die Bitch. Töte die Bitch. Ich nehme kurz den Starfighter runter. Ich komme hierher. Ich muss ein bisschen baiten, damit er nicht weggeht. Ich komme von oben jetzt. Der hat Bird geschickt. Naja, zu spät. Guck, guck, guck. Er hat keine Birds. Der sieht mich nicht. Ich greif ihn einfach an. Ich hab eh's dann. Ja, auf was wartest du jetzt, man? Oh, Digga, Mann. Was machst du, Digga? Ich komme nicht hinterher. Na, davor, oder? Da hätte ich auch nicht viel mehr Schaden gemacht, tatsächlich. Was? Was ist los? Ist egal. Ah, keine Ahnung. Lass ihn doch. Da geht das gleich Creepen, der eine, ne? Wir können nochmal gehen. In die Porn? Ja. Ja. Go, go, go. Ich komme. Ich komme sofort. Go, go. Ich hole Django und dann gehen wir. Go. Ich brauche Dexter, äh Geister. Ich hab alles cooldown jetzt, also ich kann nicht wirklich helfen. Nein, Geister brauche ich, Geister. Hey, best player, nice. Komm du mal auch dazu, dann kannst du. Willst du auch kommen? Ja, die kommen bestimmt gleich. Okay, ich hab Cola, ich komme hier in Moment. Okay, ich hole kurz mal meinen Org. Okay. Ach, wir haben Duell. Ich glaube, der Potem ist noch immer nicht am Creepen. Lol. Egal, verkauf das Geister. Ich hab Golems, ne? Was? Nimm schnell, was du willst. Ja, nimm schnell. Ja, ich hab nix genommen jetzt. Oh mein Gott. Ich hab nix genommen wegen der Fuck, Alter. Egal. Egal. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Jungs, wir können die rechte Seite machen. Oh nein, bitte nicht. Ich hab nix. Ich hab Vision Back, Mann. Scheiße. Hä? Welcher Hero denn? Mann, mit Golem hätte ich den. Mann, was, w-was, äh... Mann, was, w-was, äh... Mann, was, äh... Ach so, oi, die Geister. Wir können da hin. Kannst du den. Prä dumm. ений month. Mann, 투ster sind in Beinster哪h? Musik Mann, 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 Wartegast, ich gebe dir Pott. Willst du Kien haben? Ja. Ja, sehr gerne. Oh, ich habe keinen Decker mehr, ich habe... Warte, 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 warte. Jetzt, 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 jetzt. Oh, schnell ab, oh, schnell ab. Boah, richtiger Moment. Nein, nein, behalt, 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 behalt. Ah, die gehen hier unten rechtscreepen. Ja, wir können da hingehen. Da ist gestunt. Na, easy wäre gut hier. Soll ich kommen? Ach, wozu? Oh nein, gerade wo ich meine Zombies machen wollte. Geister, hast du was? Ich meine für die Magnas. Ich meine für die Magnas. Ja, 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 aber... Ich mache nochmal TP. Komme. Ich meine für die Magnas. Ich meine für die Magnas. Ja, ja, ja. Was ist das? Was ist das? Ich habe den Reis. Wo kann ich denn fahren überhaupt, bisschen? Da, wo ich nicht bin. Oh, meine Eltern. Our ally town is being attacked! Yes. Oh, my answer. Oh, my answer. We're on tour as we... Of our time. Of our time. Our ally town is being attacked. Let's go. Excellent plan. Diese Items! Ah, links! Hast du Ulti? Nein, also ich nicht. Ich meine Geister, können rechts mit dem Hand. Nimm Schild, Easy. Oh, was ist da denn los? Sie sollen ihn ficken, mich nicht. Geister, komm! Rechte Seite, Geister! Diese blauen Dicken. Die Dicken! Jo! Nimm Herd aus meiner Chest. Du musst schon ein bisschen spezifizieren. Für wen soll ein Herd sein? Für den Kleinen? Ey, wo finden die das? Ah, unten links! Wie ein Jux! Bleiben sie wenigstens etwas länger am Spiel! Ich habe noch einen coolen TP-Spot herausgefunden. TP-Spot? Welchen? Ich zeig dir mal. Also für... Da kommt man nicht drauf. Pass auf, warte. Guck mal oben. Ja? Da kommt nie einer drauf. Nie. Wo die Schlangen sind. Ja, ich habe sie gesehen. Ja, mach was du willst. Nimm Herd! Nimm Herd! Ich habe Herd! Was ist da denn los? Was? Ah, Geister, guck mal hier unten links. Guck mal unten links. Hast du was? Komm, komm! Das ist der letzte Spot! Ah, hier, hier! Ey, wir brauchen dich! Easy! Wir brauchen easy! Wir brauchen unten links! Easy! Was macht er denn da, Alter? Ich weiß! Egal, lass den! Egal! Willst du ihn töten? Ja, du hast ihn töten! Ja, du hast ihn töten! Jetzt liefen die, Mann! Jetzt kannst du Multi holen! Jetzt kannst du... Ich hab drauf gewartet! Ich glaub, das wird nichts. Guck, guck! Nice! 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 Scary! Ja, es ist, es ist! Best! Ich danke euch! Ja, was gibt's? Er soll... Easy! Du sollst zuhören! Was will er, was will er? Drei Minuten? Sag drei... Hm? Keen! Er will Keen haben! Wann bist du denn? Ach so? Ach so, ich wusste... Er redet mit seinem Vater! Okay, alles klar! Sorry! Der will Keen haben! Der will Keen haben! Ach er will... Das... Wann hat er das gesagt? Bei drei Minuten! Ich hab's auch gesehen! Interessant! Du willst also, dass ich die Keen gebe! Alles klar! Hier! Nimm! Hier! Nimm! Zufrieden? War das so schwierig? Was? Nee! Was willst du denn noch? Für meine Ancestors! Ach, jetzt hab ich gar keinen Dagger mehr wegen dir gehabt! Ich hab den nicht weggetroffen! Ich wollte auf die Horde gehen für meinen Dagger klicken! Ich frag mich, warum ging der denn nix so ein? Ja, ich hab meinen Dagger gegründet! Scheiße! Nein, ich kann das nicht nehmen! Ich glaube... Der gelbe ist AFK! Aber... Aber... Nicht? Habe ich nicht das Gefühl! Ich meine... Er ist nirgends auf der Lab zu finden! Aber er ist nur Level 67! Aber er ist 46! Und... Und... Das ist nirgends auf dem... Das ist nirgends auf dem... Oh! Ah! Ne! Der ist nicht AFK! Ja! Also noch nicht im eigentlichen Sinne! Im eigentlichen Sinne! Ich wollte doch... Ach, da bin ich! Der Doppelring... Ich würde doch das auch... Ich würde gerne einen Ring haben! Äh... Key! Du weißt schon, dass du Key easy machen kannst mit einem Helden! Mit der Reichweite? Ja! Ja! Ach, du kennst den Trick doch auch schon! Was ist denn das Problem? Hast du einfach nur mit dem Reichweiter an? Dann kann er dich nicht mehr anklären! Das Problem... Ich kann nicht mehr Leveln! Gegen euch! Tja, das hört sich wie ein Du-Problem an! Die haben Kampfmoral! Ich schwöre! Die haben echt Kampfmoral! Diese Jungs! Was ist das denn? Ist das denn eine Soldatentrufe oder wie? Diese Moral wohl noch hält? Guck mal, guck mal! Der will ihn ficken! Guck mal! Guck mal! Der will ihn ficken! Der Arme, Alter! Die Kampfmoral! Die Kampfmoral! Die Kampfmoral! Die Kampfmoral! Ja, ganz schön stark, diese Kampfmoral! Äh... Ey! Guck mal! Ohne Scheiß, ne? Wo war der MK die ganze Zeit? Wo war Potem die ganze Zeit? Potem... Wir haben... Wir haben... Fast zwei Gruppen gecreept! Potem war noch immer am pushen! Und das wundert die sich? Mach dir mal! Dass ich dir mal gespickt werde!